Sein Trainer lacht. Gott sei Dank hat das geschafft. Der 47. nach drei Läufen. Lin Chui Bin aus Taipei. Aus Taiwan ist er. Schauen Sie sich an, mit welchen Schwierigkeiten er diese Strecke gemeistert hat. Aber wie eine Katze lästert seine Rodel nicht aus. Das sagte die Regel. Er kann nur gewertet werden, wenn er in Verbindung mit der Rodel das Ziel passiert. Und das hat er gemacht. Er ist jetzt froh, dieses olympische Abenteuer im Eiskanal gemeistert zu haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017